und Moin 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 Leute! Wir spielen heute ein bisschen Fortnite mit dem leckeren Neko Davi. Abonniert mal richtig und ich hoffe ich kann ihn irgendwie verlinken. Und er sagt mal Hallo! Hallo! Er hat Hallo gesagt! Ich bin... Hallo! Sei leise! Das ist mein Kanal! Ne, Leute, ich will jetzt Wettkarte übernehmen. Hallo Leute! Heute kommen wir wieder zum Fortnite. Und äh... hattest du schon mal ein Foto-Video? Nein, noch nie im gesamten Leben! Ja, wir kommen hier zurück! Moin! Das ist schon! Zum zweiten... zum zweiten hat er die hier, ja? Das erste sieht hier bei, äh... mir. Ich versteck mich. Was ist jetzt? Das ist das erste sieht hier bei mir, wir spielen das zweite hier. Ja, ja, das... also... warte, kein... warte, kein... ich muss mit den Leuten reden. Also... Wir gehen zu Gefängnis! Wir gehen zu Gefängnis! Wo ist es? So... dem Herrn Neko-TV, die Libelle da unten, die fliegen tot! So! Den ersten Part seht ihr bei ihm! Und was beim ersten Part passiert ist, seht ihr nicht jetzt! Ich erzähle es euch! Eine kleine Geschichtsrunde, oder Kai? Ja! Ja! Also... Warte, Kai! Ich... Ich bin gerade retarded! Warte, Kai! Oh Gott! Oh Gott! Oh... Oh je! Oh, das kommt hier gerade durch den Kopf, wartet! Oh ja, jetzt weiß ich's! Wir sind ins Gefängnis geflogen und da haben wir uns getroffen! Zum ersten Mal! Liebe aus den ersten Blick! So! Was wir da... Ne, ne, Spaß! Spaß! Ne, ne... Ne... Ach, Sack gibt's! Geschichten mit denen! Wir haben... Wir haben... Wir haben ähm... Leute verburgelt! Wir haben... Verstückeln! Also... Neko-TVs... Er hat mich einfach so... Er ist einfach so weggelaufen, ja? Und dann... Durch Zufall ist ein Einhorn gekommen und hat mir ins Gesicht gepisst! Und dann eine Bombe geschenkt! So Leute! Und war... Jetzt eröffnet sich meine Theorie! Pissen! PISSM! Schaffe mit... Sieben Wörtern! Sieben Wörtern! Sieben Wörtern! Sieben Wörtern! Sieben Wörtern! Vierzehn! 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 Eine... Griechische Zahl! Griechen! 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 Was passierte mit Griechen? Sie starben alle aus! Warum? Warum? Weiß ich doch nicht! Was ist es gegen die Elbe? Jetzt nochmal... Griechen! Ja, Griechen! Pus! Warte, das ist... Das muss ich kurz... Mit meinem Taschenrechter berechnen was... Auf die geregnet! Ja, komm mal her! Durch das Regen... Ist eine... Anatomie erstanden! Ja, also... Es kam auf einmal... Ähm... Ein Donner! Durch das Donner! Durch das Donner! Durch... Oh... NicoTV! Wollte dir schon ein... Dann abonniert ihn jetzt! Kommentar gelassen! Und... Mal in die Folge angucken! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Habe ich auch schon in meinem Video... Äh... Erwähnt! Ja, ja! Und ich abonniere... Äh... Ich abonniere... Äh... Ich abonniere... Äh... Ich abonniere... Ja, ja! Ich auch schon... Ich hab' die... Ja, ich hab' die... Es wurde... Ja! Einmal... Ich hab' die... Ja, ich hab' die... Ja, ich hab' die halt' die... Ich hab' die... Ja! schmeckt nach Metall Warte, warte, schleck mal richtig stark dran so richtig stark, also so ja, das schmeckt irgendwie nach feindliche Spieler, weißt du? so limettenartige, feindliche Spieler so ich glaub sogar ja, da sind so Stückchen drin ja, ja, das sind griechische super Fortnite-Spieler ja, ja, das schmeckt man am Stückchen an den Rollen, ein Stückchen, ganz kurz zu fragen David ich hab's alles gelernt, oder was? studiert was hast du gegen Griechen? was hast du gegen Griechen? wo ich hab's krass Alter, Junge ach, mach doch die Billig-Mauer weg hier ich hab' ich hab' uns einen Kasten gebaut fuck ja, dass wir raus machen können, also schießen soll ich so stehen und sagen warte, geh in die Ecke, Mann so, hi ich verkaufe hier Döner ja ich bin jemand mit griechischen Döner ach Gott, ich hab' wieder ein Witz gegen Griechen gemacht, ich muss damit aufhören ähm geh hin weil ich bin Döner verkaufen geh ans Fenster ich hab' 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 ich habe ich hab' ich wahr' ich hab' ich habe Ciao! Vielen Dank.